Musik Heiligenhafen liegt an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins unmittelbar vor der Insel Fehmarn. Die historische Stadt blickt auf eine über 700-jährige Geschichte zurück. Im Mittelpunkt der Stadt steht die 750 Jahre alte Kirche. In direkter Nachbarschaft zur Kirche finden Sie das Heimatmuseum. Im liebevoll restaurierten Jugendstilgebäude geben Exponate und Modelle einen Einblick in die Geschichte der Stadt. Der 1992 neu gestaltete Marktplatz mit seinen schönen Bürgerhäusern und dem Rathaus aus dem Jahre 1882 bildet das Zentrum der Altstadt. Die Stadt Heiligenhafen ist im Wesentlichen geprägt vom Tourismus, Fischerei, Handel und Handwerk. Musik Der Ferienpark am Ostufer des Binnensees mit dem Aktivfuß bietet alle Möglichkeiten der Entspannung. Neben einer Ladenpassage finden Sie hier eine Vielfalt von Angeboten zur Fitness und Wellness. Musik Das Aktivfuß bietet für Jung und Alt Spaß und sportliche Aktivitäten. Musik In unmittelbarer Nähe des Ferienparks befindet sich der Badestrand von Heiligenhafen. Die Dünenlandschaft und der schneeweiße Sandstrand laden zu einem Bad in der Ostsee ein. Die Stadt verfügt auch über einen wunderschön angelegten Jachthafen. Von hier aus können Sie zu Ihrer ganz persönlichen Bootsfahrt starten. Musik Die Promenade des Jachthafens wurde im Jahr 2008 neu gestaltet. Musik Der Fischereihafen bildet das wirtschaftliche Zentrum der Stadt. Fischerei und Handel haben hier ihren Ausgangspunkt. Musik Von hier aus können Sie zum Hochsee angeln oder einem Segeltörn auf die Ostsee starten. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Musik Von Bord aus genießt man den Blick auf die vorbeiziehende Landschaft sowie den Duft der Meere. Musik Beim Einlaufen in den Hafen haben Sie den Blick auf eine einzigartige Naturlandschaft. Durch die Strömungsverhältnisse der Ostsee-Vorheiligenhafen bildete sich im Laufe der Jahrhunderte das Naturschutzgebiet Graswader. Die Strandwall- und Dünenlandschaft bietet selten gewordenen Pflanzen ideale Bedingungen und vielen Seevögeln ein sicheres Brutrevier. Musik Nach der Rückkehr in den Hafen kann man in den umliegenden Straßen die hiesige Gastronomie genießen. Musik Auch beim alljährlichen Weinfest auf dem Marktplatz können Sie bei Live-Musik die kulinarischen Genüsse sowie die Gastchronschaft der Stadt Heiligenhafen erfahren. Musik 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 Musik